solo zu teil 2 unserem gyros hier haben wir salz oregano scharfen senf zucker olivenöl paprika edelsüß thymian und die beiden gewürze wie ich gesagt habe in teil 1 die ich euch leider nicht verraten darf ich habe das von einem guten freund bekommen ist ein griechisches originalrezept und er hat gesagt also ich darf es zwar hier präsentieren das gyros von ihm aber ich darf nicht alle gewürze sagen es wäre ein altes familienrezept gut wir werden jetzt erstmal alle gewürze in eine schüssel schmeißen das öl dazu und dann alles schön verrühren so haben wir das getan müssen wir unser fleisch schneiden und zwar das fleisch wird in 1 cm dicke scheiben geschnitten ich habe hier schweine kam genommen bzw schweinenacken man kann aber auch schweine kam verwenden sollte schon ein bisschen durch wachsen sein das fleisch so und wenn das fleisch komplett tuto komplett geschnitten ist das waren jetzt hier 2,5 kilo dann kommt unsere gewürzmischung mit dem öl über das fleisch drüber ich habe das schichtweise gemacht also eine schicht fleisch ein bisschen gewürzt wieder eine schicht und dann habe ich jetzt angefangen das ganze zu vermengen und schön einzumassieren sind wir fertig und haben alles einmassiert ins fleisch dann sollte das ungefähr so aussehen die ganze schoße wird jetzt abgedeckt und kommt für 24 stunden in den kühlschrank so nach 24 stunden kommen sie wieder raus und dann kommt unser spieß zum einsatz wird einfach in der mitte aufgespießt man muss halt gucken bei dem teil dass es so ja nicht zu weit über den tellerrand hinausragt sonst kommt hinten an die heizspirale dran aber das hat eigentlich so ganz gut funktioniert und dann schicht mir alles aufeinander normalerweise sollte jetzt zum schluss oben noch eine zwiebel drauf für vier kilogramm war dieses ding bestimmt aber 2,5 kilo haben gereicht es ging noch nicht mal mehr eine zwiebel drauf was ihr gerade gesehen habt ich habe es dann eigentlich noch mal eingepackt in frischhaltefolie dass es schön kompakt wird und habe das dann noch mal für weitere zwölf stunden in den kühlschrank so und hier seht ihr das ergebnis wie die ganze schoße ausschaut nach ungefähr eine stunde so mir waren diese spitzen teils schon zu dunkel die habe ich weggeschnitten ist halt schade drum ich hätte früher abschneiden können aber ich wollte das ganze ding erst mal durchgaren lassen so so schaut er aus und da haben wir schon die hälfte von weggeschnitten ich habe das alles ja immer peu a peu runter es hat wirklich super lecker geschmeckt und hier habe ich dann den teller den ich mir gemacht habe einmal das gyros habe ein paar pommes dazu gemacht und ein schönes saziki und ja viel spaß beim nachmachen und wir sehen uns dann bei teil drei dann kommt nämlich das hähnchen bye bye